hallo ganz herzlich willkommen ich bin der simtex wookie und ich begrüße euch zu einer weiteren folge die dino sind los quatsch ist natürlich nicht die lego jurassic world und ja wir befinden uns auf der insel isla lubla und das ist die zweite mission die mission heißt stromabschaltung und wurde von mir natürlich gesplittert in zwei teilen zwecks grafik nicht um das hd halten zu können wenn die videos einfach so lange dass sie die zwei gigabyte fast reichen und dann muss man es einfach aufteilen in mehrere teile sprich stromabschaltung hat dann zwei teile teil 1 teil 2 steht so aber in der playlist auch drin und deswegen falls einmal sucht ist es kein problem das auch so zu finden wir spielen des lego erst einmal einmal so durch und versuchen so viel wie möglich zum entdecken charakter zu kriegen oder sachen zu finden was natürlich bekannt ist du musst natürlich erst wieder hier die ganzen fähigkeiten freischalten und steine finder und verdoppeln und charakteren und so das kommt alles erst nach dem einmal durchspielen meistens und ja deswegen ist es trotzdem ganz interessant ist auf der isla lubla ihr stromabschaltung bezieht es natürlich auf den jerseypack teil 1 hier wo sie von dem t-rex fast gefressen werden und wir haben sie gut gemacht bis jetzt also die zwei missionen oder was sie jetzt drei teile was jetzt hochgeladen habe gefällt schon sehr gut ich bin ja gespannt auf den letzten schulässig teil des lego dann was es dann kommt da bin ich dann schon darauf gespannt wie sie das umgesetzt haben den film dazu habe ich noch nicht gesehen gesehen aber da bin ich schon gespannt wie sie es gemacht haben weil das hier man kennt zwar die filme aber lego ist halt trotzdem was anderes aber ja nichtsdestotrotz kennt man es und der neue teil ist halt doch was anderes jetzt labere ich nicht so viel und ich wünsche euch viel spaß dabei und ja immer fleißig zocken gamescore freischalten und videos hochladen und so weiter ich wünsche euch viel spaß tschau euer bufi lass mich dir einen guten rat geben guck 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 wieder was gelernt so Kimi! Kim! Ich komm jetzt drauf! Oh! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh! Können Sie nicht schneller? Weg von der Schaltung, verdammt nochmal! Weg von der Schaltung! Weg von der Schaltung! Weg von der Schaltung! Weg von der Schaltung!